Im Plattformkampf überholt die Konsole aktuell den PC, ein Insider weiß mehr zum nächsten Resident Evil, Blizzard kommt zu Steam, die EU hält uns den Rücken frei und die Red-Vollmacher machen eine Kehrtwende. Moin zusammen, Lennart hier mit den News. Wer in den Kommentaren errät, auf welche Spiele-Serie mein neues T-Shirt anspielt, bekommt den dieswöchigen No-Price. Und wir beginnen mit den Gaming-Nachrichten. Die werden euch heute wieder präsentiert von AEW Fight Forever, dem allerersten offiziellen Spiel zu All Elite Wrestling. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Wir sagen danke für die freundliche Unterstützung. Und jetzt geht's los. Es gibt immer weniger PC-Spieler. Das zeigt eine neue Studie des Verbands der deutschen Games-Branche Game. Während Konsolen einen wahren Höhenflug erleben, verliert der Computer immer mehr an Bedeutung. Aktuell spielen in Deutschland rund 12,9 Millionen Menschen Videospiele am PC. Gegenüber dem Vorjahr 2022 sind das etwa 1,4 Millionen Gamer weniger. Deutlich mehr werden es dagegen auf den Konsolen. Mit 18,9 Millionen Nutzern liegen sie weit vorne. Aber immer noch auf Platz zwei hinter dem Smartphone. Zwar spielen dieses Jahr weniger Leute Handyspiele als im Vorjahr, dennoch sind in Deutschland ganze 22,8 Millionen Spielende auf ihren mobilen Endgeräten in virtuellen Welten unterwegs. Absolut sind diese Zahlen allerdings nicht. Das heißt, es waren Mehrfachnennungen möglich, wenn man zum Beispiel auf Switch, PC und Smartphone spielt. Dass Handy-Gaming sehr beliebt ist, zeigt der Umsatz der Smartphone-Titel aber trotzdem. Die machten im laufenden Jahr nämlich 2,8 Millionen Euro Umsatz und unglaubliche 99 Prozent davon in Form von Ingame-Käufen. Aber bevor ihr jetzt auf die Free-to-Play-Handy-Spiele herabschaut, auch 70 Prozent der PC-Umsätze fallen auf Ingame-Käufe ab. Bei den Konsolen kommen 41 Prozent aus klassischen Spieleverkäufen und 31 Prozent von Abo-Diensten wie PS Plus oder Game Pass. Worauf zockt ihr am meisten? Und überraschen euch diese Zahlen? Das nächste Resident Evil ist vielleicht nur zwei Jahre entfernt. Das sagt zumindest ein bekannter Insider, Dusk Golem, der sich immer wieder zu Horrorspielen äußert. Der wurde auf dem Discord des Snitchers nämlich gefragt, ob er weiß, wann Resident Evil 9 erscheint. Seine Antwort? 2025. Mit einer Ankündigung rechne er aber schon nächstes Jahr. Ein Release in diesem Jahr würde sich zumindest mit den bisherigen Release-Terminen von Capcom decken. Resident Evil 7 erscheint 2017, zwei Jahre später folgte dann Resident Evil 2 Remake. Zwei Jahre danach kam Village und noch mal zwei Jahre später erschien 2023 dann Resident Evil 4 Remake. Auch das stetige Wechseln zwischen neuen Spielen und Remakes bliebe so erhalten. Nach den Story-Ereignissen aus Resident Evil Village verlassen wir mit dem neunten Teil wohl auch die Winters-Familie und können uns auf neue Protagonisten freuen. Oder vielleicht holt Capcom ja ein paar alte Bekannte wieder, wie Jill oder Leon? Außerdem ändert sich ja vielleicht auch im Setting etwas. Resident Evil 7 brachte uns schließlich statt Infizierten die wahnsinnige Baker-Familie und Resi 8 drehte mit seinen mythologischen Gegnern den Wahnsinn doch mal ordentlich auf. Blizzard-Spiele gibt's bald endlich auch auf Steam. Wie Blizzard angekündigt hat, soll eine Auswahl ihrer Titel demnächst auch ihren Weg auf Valve's Plattform finden. Den Anfang macht der F2P-Shooter Overwatch 2. Der erscheint am 10. August für Steam. Weitere Spiele sollen folgen. Von Blizzard-Präsident Mike Ibarra heißt es, während Battle.net weiterhin eine Priorität für uns bleibt, wollen wir sicherstellen, dass die Spielenden auch gerne Steam für eine Auswahl unserer Spiele zur Verfügung haben. Wir arbeiten mit Valve zusammen, um das möglich zu machen. Auf Battle.net verzichten könnt ihr damit allerdings trotzdem nicht, denn ähnlich wie bei Spielen von EA oder Ubisoft liegt auf eurem bei Steam gekauften Overwatch 2 dann einfach zwei DRMs. Ihr braucht den Battle.net-Account nämlich zwingend, um Overwatch 2 zu spielen. Blizzard sagt, nur so sei Crossplay möglich. Der Wechsel zu Steam dürfte aber gerade für Fans des Steam-Decks bequem sein. Denn um zum Beispiel Diablo 4 auf dem Deck zu spielen, musste man bisher noch durch einige Reifen springen und den Titel als Drittanbieterspiel hinzufügen. Sollte Diablo auch irgendwann zu den Blizzard-Steam-Spielen gehören, dann hätte sich das erledigt. Der Overwatch 2-Release am 10. August auf Steam fällt unterdessen mit dem Launch der neuen Overwatch-Season Invasion zusammen. Die sollen neben einem neuen Helden auch neue Story-Mission hinzufügen. Nachdem der vermeintliche Leak der Switch 2 gestern sehr offensichtlich gefälscht wirkte, kann ich euch zwar immer noch nicht sagen, wie Nintendos nächste Handheld aussieht, aber ein Feature wird er auf jeden Fall haben. Einen austauschbaren Akku. Zumindest, wenn die Switch 2 nach 2027 erscheint. Bis dahin brauchen tragbare Spiele-Konsolen nämlich in ganz Europa Wechsel-Akkus. Das hat der Europäische Rat in einer neuen Nachhaltigkeitsregulierung beschlossen, über die letzte Woche abgestimmt wurde. Demzufolge müssen Hersteller dafür sorgen, dass KonsumentInnen mit Werkzeugen an den Akku rankommen und auch Anleitungen und Sicherheitshinweise beilegen. Handhelds sind in der neuen Regulierung zwar nicht namentlich erwähnt, aber gegenüber der Gaming-Webseite Overkill bestätigte die EU noch einmal, dass portable Konsolen Teil dieser neuen Regelung sind. Für Smartphones und Tablets gilt das übrigens genauso. Ziel ist, die Auswirkungen von Batterien auf die Gesellschaft und Umwelt zu reduzieren. Batterien müssen in Zukunft dann aus einem festen Minimalanteil an recyceltem Material bestehen. Die Quoten für Lithium-Batterien liegen zum Beispiel bis Jahresende 2027 bei 50 Prozent. Aktuelle Konsolen scheinen von den neuen Regulierungen übrigens nicht betroffen zu sein. Laut Overkill sind nur zukünftige Handhelds betroffen, wie etwa das nächste Steam Deck oder eben die nächste Switch. Kehren die Dishonored-Macher nach dem Flop von Redfall bald wieder zu Singleplayer-Spielen zurück? Das lässt auf jeden Fall ein neues Job-Angebot bei Arkane Austin vermuten, auf das PC Games N gestoßen ist. Das Studio hinter Redfall, Dishonored, Prey und Deathloop sucht gerade nach einem neuen Lead Technical Engineer, der oder die sich beim Studio um die Entwicklungstechnologie kümmern soll. Spannend sind aber vor allem die Skills, die dieser Mensch dafür mitbringen muss. Denn neben der Kenntnis von Lichtsetzungsmethoden und Erfahrung mit Online-Features steht da auch, soll mit Singleplayer-Action-RPGs und Immersive Sims vertraut sein. Das spricht natürlich sehr dafür, dass Arkane Austin in Zukunft wieder Einzelspieler-Erfahrungen bauen will. Ihr letztes Spiel, Redfall, fuhr hauptsächlich schlechte Kritiken ein, mit einem Metakritik-Score in den niedrigen 50ern. Vor allem das repetitive Gameplay und jede Menge technische Probleme haben dem Spiel das Genick gebrochen. Vor einer Weile hatte Xbox-Studio-Chef Matt Booty noch einmal betont, dass es trotzdem keine Pläne gäbe, Arkane Austin zu schließen und das Job-Listing klingt so, als würde sich das Studio nun wieder auf das bedinnen, was sie groß gemacht hat. Austin wurde erst 2021 Teil von Microsoft, als der Windows-Konzern Bethesdas Mutterfirma Zenimax übernommen hat. Da war Redfall bereits in Entwicklung und Xbox-Chef Phil Spencer bedauert, im Nachhinein, dass man nicht mehr Einfluss auf die Produktion des Spiels genommen hat. Und das war's. Habt ihr Bock auf neue Arkane Austin Singleplayer-Games? Und wo spielt ihr am liebsten? Nach zwei Jahren Konsolen-Fokus ertappe ich mich ehrlich gesagt dabei, wieder häufiger PC zu spielen. Äh, Apropos Spiele. Zu dem Thema habe ich jetzt noch zwei heiße Video-Empfehlungen für euch. Wie wär's zum Beispiel mit unserem Test zum neuen Pikmin? Das hat unseren Autor Martin nämlich ganz schön in die Bredouille mit seiner Tochter gebracht. Oder ihr schaut unseren GameStar-Talk zu den Gewinnern und Verlierern der ersten des ersten Spiele-Halbjahres an. Morgen steht hier wieder Paul, seid nett zu ihm und sagt ihm Moin. Bis dahin, Liebe geht raus!